Die Michael-Weinig-AG mit Hauptsitz in Tauber-Bischofsheim. Weltmarktführer in der Massivholzbearbeitung. Seit über 110 Jahren innovativ und zuverlässig. Als Markt- und Technologieführer ist die Michael-Weinig-AG international tätig. Ein Exportanteil von über 80 Prozent, die Nachhaltigkeit unserer Produkte und die langjährige Erfahrung im Berufsumfeld der Holzbearbeitung stehen für die starke Marke Weinig. Ein engagiertes Team an Ausbildern, Internationalität und eine eigene Lehrwerkstatt. Davon profitieren unsere Auszubildenden. Bei uns wird nicht nur Wert auf hochwertige Maschinen gelegt. Auch die Ausbildung eigenen Nachwuchskräfte wird bei uns groß geschrieben. Die aktive Mitarbeit im Unternehmen, Verantwortung übernehmen und ein großes Durchsetzungsvermögen. Fähigkeiten, die bei uns gefragt sind. Bei uns in der Lehrwerkstatt und an der Lerninsel werden die Ausbildungskenntnisse optimal vermittelt. Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und außerbetriebliche Einsätze. Höhepunkte bietet unsere Ausbildung in allen Bereichen. Ein Highlight für uns ist der Auslandsaufenthalt auf Malta. Wir haben die Möglichkeit, unsere Sprachkenntnisse zu erweitern, aber auch Erfahrungen in einem neuen Betrieb zu sammeln. Ein besonderes Erlebnis ist es, eine Messe vor Ort zu begleiten und auch mitzugestalten. Das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Moderne und praxisorientierte Lehrmethoden sowie abwechslungsreiche Auslandseinsätze sind bei Weinig garantiert. Beispielsweise beim dualen Studium. Auslandssemester in Theorie und Praxis sind die Höhepunkte bei unseren DRBW-Studien. Ehemalige Studenten sind super Betreuer während der gesamten Studienzeit. Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten werden bei uns stets gefördert. Denn Weinig bietet einfach mehr. Weinig bietet mehr. Das gilt vor allem, wenn es um die Ausbildung junger Menschen geht. Nach der Ausbildung warten spannende Aufgaben, interessante Perspektiven und Herausforderungen auf Sie. Nutze Deine Chance und starte Deine Zukunft mit dem Weltmarktführer Weinig. Wir sind international. Wir übernehmen Verantwortung. Wir fühlen uns wohl.